Willkommen zurück bei ZockerTV und heute mit einem weiteren Video, meine Freunde. Und heute mit... Moment, wer bist du denn? Hm, du musst neu auf meinem Kanal sein. Ja dann, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Du fragst dich jetzt sicherlich, was es hier zu sehen gibt. Und die Antwort ist genau das. Ja, wie? Nein, nein, nein. Ich glaube, ich darf dich nicht wieder haben. Ich habe den Arm gelassen. Echt? Du hast mich doch genau gesehen. Die Gerüchte kursierten ja schon seit längerem. Aber jetzt ist es anscheinend tatsächlich so, dass wir tatsächlich ein Casino-Leads sehen waren. So, das ist unsere neue Festplatte. Und die schiebt ihr jetzt ganz normal wieder in den Schacht rein. Ja, das war mein kleiner Kanal-Trailer. Ich hoffe, er hat dir gefallen. Wenn ja, dann würde ich mich natürlich darüber freuen, dich in Zukunft öfter auf meinem Kanal begrüßen zu dürfen. Vielleicht ja sogar als Abonnent. Jetzt würde ich vorschlagen, du schaust dir noch ein wenig meinen Kanal an. Wir sehen uns spätestens im nächsten Video. Hau rein, bis dann und ciao.